Musik Hallo, da ist die Nathalie von Seelenheil. Ja, ich nehme da gerade ein ionisches Fußbad und währenddessen möchte ich die Zeit nutzen und euch etwas von meiner Lochbrille erzählen. Ja, ich zeige euch die mal. So, das ist eine Lochbrille. Schaut ja ganz stylisch aus, ne? Die gibt es eben auch in Schmal. Kann ich auch vorführen, ja, sportlich. Was ist eine Lochbrille? Warum setze ich die auf? Was ist die gut? Was hat es da auf sich? Wie ihr sehen könnt, sind da Löcher drinnen. Im Prinzip ist das nur ein Plastik, ja, ein Plastikblatt, ja, zweimal. Und in diesem Plastikblatt sind Löcher drinnen. Diese Löcher haben den Sinn, den Augenmuskel zu stärken. Also, wenn du jetzt schlecht siehst, ja, egal ob du weitsichtig bist oder kurzsichtig bist, ja, ob du dir jetzt beim Lesen nahe schwer tust oder ob du dir schwer tust, wenn du in die Ferne siehst. Diese Lochbrille schafft es wirklich, deine Dioptrien zu senken, ja. Ich habe selber seit zwei Jahren in Anwendung und habe tatsächlich meine optische Brille wegschmeißen können. Ich habe sie wirklich entsorgt, weil ich gemerkt habe, ich brauche sie nicht mehr. Sie war mir dann auch zu stark. Und, ja, und jeder, der ein bisschen an seiner Gesundheit interessiert ist und auch sich die Zeit nimmt, ein bisschen zu arbeiten, es ist wirklich nicht viel Zeit, ich sage es euch. Und diese Lochbrille ist nicht teuer. Also gibt es auch bei mir, ja, bei mir kostet die 10 Euro. Ich habe jetzt auch bald einen Shop, der gerade in Arbeit ist, da kann man die auch online bestellen. In der Zwischenzeit verschicke ich es, wenn es wer haben will. Das kostet 10 Euro. Es gibt da natürlich auch andere Modelle, die haben einen Goldrand, die sehen so aus wie eine Sonnenbrille mit diesen schwarzen Plättchen. Die sind natürlich teurer. Die habe ich jetzt nicht da zum Verkaufen, aber eben diese zwei Arten, ne. Und, also die, oder die sportliche. Ja. Diese Brille trainiert den Augenmuskel. Also wenn du diese Brille aufsetzt, merkst du erstens sofort, dass du die Schrift klar und deutlich siehst wieder, oder viel besser siehst, je nach Partiobtrinstärke. Oder wenn du kurzsichtig bist und du schaust in die Ferne und du fixierst zum Beispiel einen Baumwipfel, setzt dann die Brille auf, dann siehst du, dass du diesen Baumwipfel ganz klar siehst. Also ganz egal, ob du in die Ferne gut oder nahe schlecht siehst, es reguliert sich, es harmonisiert den Augenmuskel wieder. Wir haben ja um den Augapfel herum vier Muskeln. Also oben am Augapfel ist ein Muskel befestigt, der nach hinten geht, seitlich, unterhalb und innen. Jetzt ist es so, wie bei allen anderen Muskeln, wenn man die nicht benutzt, erschlaffen die. Oder sie sind gespannt und haben eine Spannung drauf. Das kann so oder so sein. Die Brille reguliert diesen Augenmuskel. Das heißt, wenn du sie aufsetzt und sie fünf Minuten auf hast, kann es sein, dass du schon spürst, so wie eine Art Muskelkater am Auge. Ja, dass es anstrengend wird. Das ist ein gutes Zeichen, weil du merkst, es tut sich was. Das Auge arbeitet, ja. Aber wenn du merkst, okay, es schmerzt schon, dann nimm sie ab. Ich empfehle so zwischen einer halben Stunde, Stunde am Tag, dass man die Brille aufsetzt. Muss man jetzt auch nicht durchgehend, aber vielleicht zehn Minuten durchgehend, Viertelstunde durchgehend aufsetzen. Aber langsam dorthin tasten. Also wenn du am Anfang gleich mal Schmerzen hast, weg. Am nächsten Tag vielleicht ein paar Minuten länger. Und es wird dann immer besser und besser und das Auge kommt wieder in den Urzustand zurück. Weil eine optische Brille ist ja wie eine Krücke. Eine optische Brille ist wie eine Krücke, wie ein Gehstock fürs Knie, dass du das entlastest, wo es eigentlich das Gegenteil brauchen wird, dass man es belastet, dass es wieder stabil wird, ist eine Brille eine Krücke fürs Auge. Und natürlich, das wird dann immer stärker und stärker, weil man es immer mehr entlastet. Der Augenmuskel muss sich nicht mehr anstrengen, der geht schlafen und wird immer schlechter und schlechter. Und wer dem entgegenwirken möchte, besorge sich so eine Lockbrille, die wirklich nicht teuer ist und beginnt einmal die 5 Minuten am Tag, dann 10 Minuten am Tag aufzusetzen. Und ihr werdet spüren, da tut sich was. Als erstes, du siehst gleich wieder scharf oder schärfer und du merkst, es tut sich was. Zusätzlich empfehle ich natürlich jetzt auch noch die Augenübungen. Diese Muskeln, die ich euch gerade vorher gesagt habe, gehören ja auch, wenn die verspannt sind, gedehnt. Das heißt, du solltest einmal am Tag, und das dauert ein paar Minuten, die Zeit hat ja jeder, ganz den Augapfel nach oben rollen, ganz, ganz weit rauf. Du kannst auch die Augen zumachen dabei, da offen lassen und du stellst dir vor, du siehst da ganz nach hinten, du siehst schon dein Gehirn, dass du merkst, es zieht. Entweder zieht es oben oder unten, in dem Fall wird der untere Augenmuskel gedehnt. Wenn es da zieht, weißt du, du hast da eine Verkürzung. Das hältst du so circa zwei Minuten oder eineinhalb Minuten. Wenn du merkst, der Schmerz lässt nach, versuchst du noch weiter die Augen nach oben zu drehen. Bis du wieder an einem Punkt bist, du sagst, okay, das reicht. Immer weiter atmen, wenn der Schmerz wieder nachlässt, wieder ein Stück höher die Augen. Und das machst du in insgesamt eineinhalb Minuten. Dann blinzelst, lässt die Augen kurz zu, dass sie sich entspannen können, und dann schaust du nach unten. Und das gleiche wieder, du schaust ganz weit nach unten, bis zur Schilddrüse, ganz weit. Und du spürst wahrscheinlich jetzt oben die Spannung. Wenn du eine Spannung spürst, bist du dein Augenmuskel verkürzt. Entschuldigung. Und das machst du wieder ganz gleich. Hältst es wieder eineinhalb Minuten, und wenn es nachlässt, gehst du noch ein Stück tiefer. Wartest, noch ein Stück tiefer. Wenn du das hast, blinzelst wieder, lässt die Augen kurz zu. Du machst das gleiche nach rechts, ja. Und nach diesen eineinhalb Minuten das gleiche nach links. Wenn du das wirklich jeden Tag machst, und die Lochbrille, wirst du sehen, dann hast du, wenn du ein Jahr später Kontrolle hast, mit dem Augenarzt, viel, viel weniger Dioptrien, und sie ist wieder viel besser. Das kann ich wirklich empfehlen. Und was mir noch aufgefallen ist in letzter Zeit, ich kenne zwei Menschen, die haben ihr Augenlicht alleine durch Karottenessen noch verbessert. Also ich mache da gerade eine Studie. Also das ist wirklich kein Blödsinn, das mit den Karotten. Ich habe oft selber gedacht, ja gut, der Papa isst ein Spinat und ist stark, und die anderen essen Karotten und sehen besser. Es ist wirklich so. Also wenn ihr dann jetzt euch zusätzlich noch zwei Karotten am Tag irgendwie einverleibt, dann seht ihr wie 90 wie ein Adler. Also das sind meine Tipps. Es gibt dann noch einen zusätzlichen Tipp, und zwar sind das diese Lipscher und Prachtdruckpunkte. Ja, das funktioniert so, ihr spürt ja, wenn ihr da jetzt drüber greift, diese Augenhöhle, diesen Knochen, ja, den spürt ihr. Und an der Kante von diesen Knochen, aber da bitte aufpassen, ja, Eigenverantwortung. Ich übernehme keine Haftung. Ihr müsst das nicht machen, das wäre nur ein Zusatz. An dieser Kante, wenn ihr jetzt nach unten seht, ja, ihr seht nach unten, ihr müsst euch immer denken, in der gegengesetzten Richtung wird der Muskel gedient. Wenn ihr nach unten seht, dann geht ihr auf diesen Kantenpunkt richtig unterhalb ein bisschen rein, ja, und drückt gegen. Und ihr merkt, wenn ihr wirklich ein Problem und da eine Verspannung habt, merkt ihr diesen Druckpunkt, wie es da arbeitet und zieht und was weiß ich alles macht, und das ist gut so, ja. Ihr haltet diesen Punkt auch so eine Minute ungefähr, lasst dann los und entspannt das Haugen. Das Gleiche herunten, unten, ne. Unten ist das Gleiche. Ihr spürt da wieder diesen Knochen, geht da wirklich auf diese, schaut nach oben, geht auf diese Kante und drückt gegen, ja. Da spür es ich zum Beispiel, ja. Und da wirklich eine Minute dagegen drücken, wenn der Schmerz nachlässt, ein bisschen besser, ein bisschen mehr dagegen drücken. Aber bitte aufpassen, dass ihr nicht, jetzt habe ich mich verschmiert, dass ihr nicht abgelbt, ja, dass ihr nicht reinrutscht. Das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also wirklich der, nur derjenige machen, der ein Gespür hat, ein bisschen für das Auge. Wenn ihr nach rechts schaut, das Gleiche an dieser Kante, ja. Und wenn ihr nach links seht, also wenn ihr nach außen seht, auf der Innenkante. Auch wieder das Ganze das Gleiche, ja. Ja, also das ist auch wirklich, ich merke jetzt, wie das Auge leichter ist. Das kommt von Lipsch und Pracht, von den Druckpunkten, aber da wirklich vorsichtig sein, ja. Aber wenn ihr das wirklich anwendet, dann seid ihr auf der sicheren Seite und euer Augenlicht wird sich wieder regenerieren und ihr werdet keine optische Krücke benötigen, ja. Bei Fragen stehe ich euch gern zur Verfügung. Dieses Video ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Ich muss es leider sagen, wenn ihr Probleme habt, habt an den Augen, bitte zum Arzt gehen und auch untersuchen lassen. Gut, ich wünsche euch alles Liebe. Bei Fragen kontaktiert mich. Meine Kontaktdaten sind eh überall ersichtlich. Ich wünsche euch noch was und habt einen schönen Tag. Tschüss. Ich wünsche euch noch was. Körpers